Boxplan ist eine Software für Produktionsplaner, die es ermöglicht von Anfang an am menschlichen Körper zu planen. Die Software ist für die virtuelle Realität gemacht. Man hat also so eine Brille auf, wenn man nicht umdreht, ist man in der 3D, sieht man die ganze Welt, 3D hat sofort das räumliche Verständnis, ist im Planungszustand drin. Wenn man was ändert am Planungszustand, dann macht man das mit seinen Händen und versteht gleich, wie hoch die Dinge sind. Wir hoffen, dass wir durch so ein Tool, dieses räumliche Verständnis, eine Brücke bauen können zwischen der Bürowelt und der Shopfloor. Vorteile davon, den Boxplan mit abstrakten Boxen zu planen, sind, dass ich sehr schnell arbeiten kann und keine CAD-Kenntnisse benötige. Ich habe zum Beispiel hier dieses Regal und den Tisch, Standardelemente, aus der Bibliothek genommen, jetzt aber gemerkt, bei dem Regal ist mir eine Regalebene nicht hoch genug. Ich habe das schnell angepasst. Wenn ich mehrere solche Anpassungen gemacht habe, kann ich mir auch eine Skizze mit Bemaßungen ausdrucken und an die Werkstatt geben. Eine weitere Möglichkeit ist, wie wir bei dem gelben Betriebsmittel sehen, ein Teil, wo ich vielleicht keine CAD-Daten habe oder mich gar nicht so sehr die Details interessieren, das einfach sehr schnell im Boxplan zu approximieren und dann die Störkarte gleich an der Montagestation zu sehen. Teile wie dieses gelb straffierte Werkzeug und die blauen Boxen, die Kleinladungsträger, das sind Teile, die kann ich auch im Boxplan delegieren und einplanen und aus beliebigen Boxen mehr erzeugen und habe dann die Möglichkeit, den Montagemodus mit einer leichten Physik-Simulation mit denen zu interagieren. Wir hoffen, dass wir mit Boxplan die Produktionsplanung weiterhin die digitale Welt hineinbekommen. Deine Einen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020